Ladies and Gentlemen, willkommen zurück zu Risen 2 mit dem Rockle in der nächsten Folge. Ja, ich bespreche jetzt mit euch, was in der nächsten Folge passiert. Nein, natürlich nicht. In der letzten Folge waren wir ein bisschen auf den Feldern umher, haben einen Typen volles Funt aufs Maul gegeben und haben jetzt eine schöne neue Mützi. Und haben Grog verteilt. Und damit sollten wir eigentlich mit der Quest hier fertig sein. Osorio, das mit dem Grog ist fertig. Die Sache mit dem Grog ist erledigt. Und? Hast du das Fleisch mitgebracht? Deine Freundin müsste auch fertig sein. Du kannst das Geld ja mit ihr teilen. Äh, okay. Patty. Gehen wir ein Stück, damit wir in Ruhe reden können. Okay, die hat wahrscheinlich etwas Fieses und Gemeines abgezogen. Was natürlich gut für uns ist. Selbstverständlich ist es so. Ich habe uns ein wenig Proviant besagt. Nice. Jetzt haben wir 100 Gold. Uns tut weh, aber... Ja, komm. Hier hast du deinen Anteil. Und hier hast du ein wenig Proviant. Eine Hand wäscht die andere. Okay. Und wie mache ich mich? Wie mache ich mich? Ich muss dir jetzt nicht sagen, wie toll du bist. Okay, du bist toll. Ja, mehr wollen wir auch ganz hören. Aber ich muss noch mal kurz auf den Dester, weil ich immer Angst habe, dass mit dem Mute-Button etwas nicht geklappt hat. Aber bis jetzt ordentlich in Ordnung. Eine Feuerstelle wäre echt mal ganz gut. Wir haben hier einfach mal keine. Können wir an seinen Kessel irgendwie... Ne, juckt. Das juckt ihn überhaupt nicht. Das juckt ihn ja echt kein bisschen. Da würde ich mal sagen, machen wir uns aber langsam auf. Zur Beratin-Insel. Aber ich weiß gar nicht, wie lang wir gehen sollen. Da lang? Ah, gehen wir über die Zuckerfelder? Äh, da sollte ja einiges schon... Beziehungsweise, das sollte uns schon irgendwie zum richtigen Weg führen. Außerdem haben wir eine Karte. Können wir mal kurz gucken. Ah, wir gehen quasi einen Umweg. Ich nehme mal an, das hier ist die Piratenecke. Ah, wird schon schief gehen. Irgendwie. Ansonsten haben wir immer noch unsere nette Patty hier. Die wird uns im Notfall den Arsch retten. Es ist ja Patty. Mit ihren schönen Hüftbewegungen. Das geht schon ein bisschen auf die Nässe mit ihren Wuppwuppwuppwuppwuppwuppwuppwuppwuppwuppwuppwuppwuppwuppwuppwuppwuppwuppwuppwupp. Jetzt wäre wieder einer dieser Momente gewesen, wo man liebend gern eine Facecam hätte. So, die haben wir ja ausgenommen. Ich nenne es mal ausgenommen einfach. Stompings. Da ist Riley. Ne, Riley war der andere. Das hier war Jill. Budgel, nicht ein Mieter. Egal, egal, egal. Ähm, Karte. Sag mir, wo ich langen muss. Okay, da gibt's nicht wirklich viel, wo man langen könnte. Also gehen wir hier lang. Müssen wir auch mal die Augen offen halten, ob wir die Molucken finden. Also, den flohenen Sklaven. Mama, Arma 3. Geist, Alilia. Hüpf. Seht ihr schon was? Warte mal, man, Spinnen sind. Bzw. eine Erinnerung kommt grad hoch. Nämlich, dass es hier Fallen gab's. Und da sind große Affen. Ich weiß nicht, ob die auch freundlich sind wie die kleinen. Hallo, äh, warte mal. Magi-Beere. Hallo, Äffchen. Patty, dieser krallen Affe ist nicht nett. Oh, wir können parieren gegen das Mysterium. Äh, danke. Okay, ich kann mit dem nix machen. Ich weiß nicht, können wir die schon ausnehmen? Einfach so? Oder brauchen wir da auch irgendwie eine Ausnehmfertigkeit? Äh, Fähigkeiten. Ah, wir sind schon unter Fähigkeiten. Talente-Filler? Ach, ich weiß es nicht. Wir können ja irgendwann mal einfach diese Knochensäge kaufen. Just for the Lully. Da. Außer Reichweite. Schreib mal mit SZ nicht mit Doppel-S. Ich seh nix. Ich seh immer noch nix. Ah, Patty. Du hast mich auch schon angefangen. Wird ja auch mal Zeit. Das eine Schweinchen lässt mich in Ruhe. Okay. Bin ich froh, dass... Ach, Schweine. Wiese, warte. Diese durchgehende Angriffe. Wie die mich einfach nur aggressiv machen auf Dauer. Wie daneben. Wie soll man mit Sand daneben werfen? Sie sind da. Und das ist alles, was zählt. Ah, ne Maggi-Beere. Komm her. Leckere Maggi-Beere. Geben die eigentlich prozentual oder haben die einen festen Wert? Proviant. Da steht Blutregeneration 20. Ich denke mal, es ist ein prozentualer Wert. Ich hoff's mal einfach. Ansonsten wird Proviant ja irgendwann out. Irgendwann ist ja einfach nur sinnlos. Okay. Hier sind wir wieder an den Zuckerfeldern. Da kann man aber noch weiter hoch. Und da geht's auch in eine Höhle. Aber. Wir wurden ja schon vorgewandt. Hier soll auch irgendwo ein Jaguar sein. Ich weiß gar nicht mehr, ob der bezwingbar war. Die NPCs warnen ja eher vor den. Aber. Wir haben ja auch noch Patty. Oh. Kann es sein, dass das schon... Ja, das ist er. Boah. Besser Jaguar. Daneben. Nice. Boah, den machen wir ja voll easy fertig. Patty, mach mal was. Boah, Patty, du bist voll nutzlos. Den können wir noch nicht mal zlooten. Hm, das ist mies. Denn wie sagte, ähm... Schon jemand aus Gothic 1. Jedes Vieh, was man erlegt, ohne das Wissen zu haben, wie man es auseinander nimmt, ist einfach nur ein verwesener Leichnack. So, jetzt versuchen wir es nochmal mit dem Sand. Hat es irgendwas gebracht? Ist ja noch vor allem da viel Schaden verstanden, aber ich weiß nicht warum. Ja, renn im Kreis. Find's ja auch wieder schön, dass wir angehittet werden und erstmal ins Straucheln geraten. Und wir alles andere einfach so draufhacken können, wie sonst was. So, na, ist mir doch egal. Hau halt weiter, ne? Schau dich jetzt. Und dann kannst du mich nicht mal hauen, weil dann gerätst du wieder ins Straucheln. Alte Schwert. Es ist, ähm... Definitiv schwächer. Boah, es wäre schon ein bisschen mies, wenn wir hier das Offiziersschwert am Anfang nicht mitgenommen hätten. Wobei ich denke mal, man wäre ein Idiot. Eine offensichtliche Waffe einfach nicht mitzunehmen. Beziehungsweise jeder Trottel müsste das eigentlich gesehen haben. Sei still. Ah, diese Meckertante. Da ist eine Höhle. Und ein Leuchtturm, ja, aber wir gehen erstmal in die Höhle. Vielleicht ist da am Ende wieder eine Truhe. Vielleicht ist es sogar diese Höhle von dem, äh, Thompson? War das Thompson? Hat Thompson darüber gesprochen? Ich glaube, ja. Oh, das war einfach nur ein Bindeglied. Von A nach B. Oder sind wir hier? Ich brauche eine Spitzhacke. Okay. Da scheint's daft zu sein. Wir haben es für ungefähr eine gefühlte Millisekunde gesungt bekommen. Das ist schon mal sehr nice. Was würden wir bloß ohne den Sand machen? Eigentlich können wir das probieren direkt schlucken. Eine Würgeranke. Nice! Okay, keine Ahnung, wo mich das hier hinführt, aber wir gehen doch nochmal zurück. Einfach, um... Mal ganz ehrlich, weil die mich so abfuckt. Das tut mir jetzt leid, aber... Ich hasse diese Katze! Boah, Gott! Die sie einfach abfuckt. Und einfach ihren Willen durchdrücken möchte. Aber man kann nicht gegen sie ankommen, weil sie einfach so durchgehend einen auf den Sack geht. Ich müsste sie wahrscheinlich in den Schrank sperren, den Schrank irgendwie zukleistern. Und ich weiß nicht, äh... vollen Sound. Vaskus Turm. Machen wir eine Quest dafür? Lass mal gucken. Ah, Piratenball, nein. Kopf, nein. Hm. Alles so weniger, nein. Okay. Was machst du denn hier? Dich habe ich hier noch nie gesehen. Ich bin mit dem Schiff angekommen. Wenn du weiter nach Osten willst, gebe ich dir einen guten Rat. Geh nicht durch das Dschungeltal. Das ist viel zu gefährlich. Die Höhle hier oben führt dich zu einem Pass über die Berge. Das ist der sichere Weg. Äh, was ist am Dschungel so gefährlich? Was ist am Dschungel so gefährlich? Da gibt es Jaguare. Die Biester springen dich an und dann ist es rockzock aus mit dir. Aber wenn du richtiges Pech hast, begegnest du den entlaufenen Sklaven. Die freuen sich über jeden Weißen, den sie aufspießen können. Ich habe mal einen von ihnen am Rand des Dschungels gesehen. Er war angemalt und bewaffnet. Sah zum Fürchten aus. Als ich gerade auf ihn anlegen wollte, war er verschwunden. Schätze, er wollte, dass ich ihn verfolge. Wahrscheinlich haben die Wilden mittlerweile überall Fallen errichtet. Okay, erzähl mir mehr über den Pass. Erzähl mir mehr über den Pass. Du gehst einfach durch den Höhleneingang hier oben und folgst dem Weg. Du darfst nur nicht den Fehler machen, zu weit nach Norden in die Berge zu gehen. Wenn du zu einer Brücke kommst, musst du auf die andere Seite. Auf der anderen Seite der Insel befindet sich irgendwo das Piratennest. Geh auf keinen Fall nach Norden. Was ist im Norden? Was ist im Norden? Die Höhlen dort sind mordsgefährlich. Dagegen ist der Dschungel als Spaziergang im Park. Wir haben einen Kundschafter hineingeschickt und draußen am Eingang gewartet. Plötzlich kam irgendwas Großes aus dem Nichts und hat ihn sich geschnappt. Wir sind nur noch gerannt, bis wir wieder auf den Feldern waren. Ich sage dir, das Ding war riesig. Geh da bloß nicht hin. Ich will da hin. Aber Wir nehmen dich hier. Okay, er sieht uns. Ich will den Ort ausnehmen. Und ich glaube, ich habe auch die richtigen Skills dafür. Ich muss mich quasi nur hier so hinbewegen. Drücke auf die Steuerungstaste und so. Und schon schleichen wir Klauenwein den Fisch Was der arme Teufel hier noch hat. Nicht viel, also gehen wir wieder. Wir können eigentlich wieder so hoch raus, ne? Ist ja A. nicht verboten und B. eh scheißegal. So schnell hätte er uns auch nicht angegriffen. Nice, hier geht's nirgendwohin. Aber irgendwie sollte man doch auch da hochkommen. Ach, ganz ehrlich, ist mir egal. Ähm, wir haben hier einen neuen Ort entdeckt. Vaskus Turm. So, wir können einmal entweder hier da kommen wir zurück und einmal da runter durch den Dschungel. Patty, mach dich auf ein Abenteuer bereit. Warum schickt er eigentlich manchmal die Waffe einfach direkt wieder so rein? Übelst nervt. Komm, du Häffchen. Komm. Gib mir deine E.P. Serious, Bitch. Okay, das Äffchen ist schon mal tot. Das war klar, dass ich es angreifen wollte. Wir sollten uns auch mal eine Pistole zulegen. Ich bereue es, weil innerlich weiß ich, dass ich hier... Ah. Die Schwarzen. Ich weiß halt... Ich innerlich denke ich teilweise immer noch, dass ich so ein Gothic spiele. Was ich ja irgendwie auch tue. Ist immerhin ein Spiel aus dem Hause Piranha Bytes. Und ich kann es mir nicht verzeihen, Wildtiere zu töten, ohne sie zu plündern. Und ich kann es einfach nicht. Und ich weiß noch nicht, ob man es kann. Oh, das sind direkt alle drei. Ja, dann mach sie mal fertig. Fertig. Ach ne, der wirft mit Speeren auf mich. Da! Geblendet konnte er ziemlich gut zuhauen. Patti, beeilst du dich mal? Kann man drehen? Äh. Ha, du bist geblendet. Irgendwie hast du es noch nicht so verstanden mit dem geblendet sein, oder? Du Wilder. Wir müssen mal unbedingt stärkere Angriffe lernen. Wir gehen mal Richtung Patti ein bisschen mehr. Oder blenden die nochmal. Am Arsch mit Blenden. Ja, klar. Der springt. Oh, die Steuerung ist ein bisschen... ...gewöhnungsbedürftig, um es freundlich zu nennen. Ha, du bist tot, du Noob. Ein Kopf an. Ich glaube, Patti hat es nicht so ganz geschafft. Ich weiß nicht, warum, aber ich konnte nicht... Ach, jetzt. Ich wollte schon sagen, was ist denn da los? Dass wir nicht mehr ausweichen können. Nicht, dass sich das zu tun kaputt geht, obwohl ich sie erst seit zwei Tagen habe. Boah, da geht mir schon ein bisschen auf den Piss. Aber ich habe ihn... ...reinfach niedergerungen. Hahaha. Der hat ja keine Chance. Was gehört zu den Wurfwaffen? Die Wurfwaffe wäre sogar recht... ...ne geile Waffe. Weil sie halt immer 40 Schaden macht, wenn wir treffen. Nehme ich jetzt mal einfach hier vor. Aber... Scheinbar... ...beziehungsweise nicht scheinbar. Quatsch, scheinbar. Da müssten wir so quasi ein Dodge-Spiel spielen. Immer werfen, werfen, werfen. Ein paar Mal treffen. Und dann wegrollen. Aber wenn wir ja sowieso mit einem Schlag mit dem Schwert... ...mit unserem 40 halt nur so gemäßig Schaden machen... ...dann ist es halt immer so eine Sache. Da hat nichts gebracht scheinbar. Warum greife ich so nicht Petty an? Petty hat mehr Fleisch. Guck ihr einfach ihre Brüste an. Ja, ja. Petty, machst du auch sinnvolle andere Uhr? Siehst du, so machen wir das. Aber Petty, du hast echt keine Ahnung, wie man hier kämpft. So. Da haben wir wieder Krog. Kleinen Goldbeutel. Den gehen wir sofort öffnen. Das ist nett. Den Krog können wir wieder hier reinschieben. Wir sind aber schon zu weit hier südlich. Wobei, wir können eigentlich jetzt auch gucken, was da ist. Wenn wir schon mal hier sind. Das ist ein Sandteufel. Ich hab irgendwie das Gefühl, dass wir hier eh irgendwann nochmal kommen. Das ist ja nett, wenn du hilfst. Das war so glatt. Das ist wie ein Sandteufel. Wir machen einfach so wenig Schaden. Und weiterglücken. Gut gemacht. Ich weiß nicht warum, aber ich glaub, das Kämpfen war ein bisschen... ...angenehmer in Risen 1. Auch wenn das mit dem Ziel, glaub ich, nicht immer geklappt hat. Ich hab mich in irgendeinem Spiel richtig aufgeregt wegen dem Ziel. Und ich glaub, ich bin mir ziemlich sicher, das war bei Risen. Boah, das Licht. So grell. Hell. Okay, das sind Schweine. Nur Schweine. Haha. Was sind Schweine? Ich hab totaler Bocken. Das wird wahrscheinlich eine kleine Ausweichparty. Wenn ich auch wenigstens mit treten könnte. Doch, ich kenn ja gar nix. Die Sand. Nix passiert. So, zwei hab ich fertig gemacht. Das mach ich noch nicht, das dritte. Liest du? Patty, wenn du so kämpfen könntest wie ich, dann wird vielleicht auch was aus dir. Wir können eigentlich die Folge jetzt schön beenden. Aber, hier ist ein Lager. Und das gucken wir uns erstmal an. Ein Bett. Und das war's doch schon. Eine Truhe. Das ist... ...ne alte Kanone. Gucken rein, was ist drüben? Also da hat mir die Kiste mit 400 Golds drin besser gefallen. Wir sind tatsächlich einfach um die Ecke gerade von der Insel. Wir hätten... Ich weiß gar nicht, kann man schwimmen? Wenn ja, kämen wir ja ganz einfach eigentlich hier hin. Ich glaub, schwimmen können wir nicht... Wow. Das sind... ...schulde. Das sind ein paar Sandtoppeln. Die wollen mich alle gleichzeitig haben. Draufhauen. Patty, mach doch mal was. So, und zwar habe ich schon wieder geholt. Ich schieße doch nicht auf tote Tiere. War eigentlich bisher als Tier. Ist ja eher... ...ding. Würde ich schon fast behaupten. Noch ein bisschen Sand. Wobei, eigentlich ist es ja logisch, dass Sand denen nicht so viel ausmachen sollte. Weil... ...sie buddeln sich in Sand ein. Und heißen auch schon Sandteufel. Möcht ich mal sagen. Machen wir hier nochmal einen Cut.